Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Beko TSE 1424 NB 100 Tischkühlschrank, der auf Amazon mit einer beeindruckenden durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen glänzt. Mit einem Gesamtrauminhalt von 128 Litern bietet dieser Kühlschrank optimale Lagermöglichkeiten für deine Lebensmittel. Dank der robusten Glasablagen aus Sicherheitsglas, die bis zu 25 kg belastbar sind, kannst du selbst große und schwere Töpfe bedenkenlos im Kühlschrank unterbringen. Ein weiteres Highlight ist der wechselbare Türanschlag, der es dir ermöglicht, die Türscharniere ganz nach Wunsch entweder rechts oder links am Gerät anzubringen. Die angenehme LED-Beleuchtung sorgt dafür, dass du immer alles im Blick hast und ist zudem energieeffizienter als die reguläre Standardbeleuchtung. Neben den robusten Glasablagen ist der Beko TIS-Spühlschrank mit einer Schublade und einem Eierbehälter ausgestattet, damit du genügend Stauraum hast. Jetzt schauen wir uns an, was einige zufriedene Nutzer über diesen Kühlschrank zu sagen haben. Thomas Love schreibt, Der Beko TSE 1284 NB 100 Tischkühlschrank hat meine Erwartungen in vielerlei Hinsicht übertroffen. Mit seinen kompakten Maßen ist er ein echter Platzsparer, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Die Kühlleistung ist beeindruckend und das Gerät arbeitet erfreulich leise. Stefan fügt hinzu, schnelle Anlieferung, der alte Kühlschrank wurde auch gleich entsorgt. Ich war sehr angenehm überrascht über die sehr niedrigen Laufgeräusche. Auch das kleine separate Tiefkühlfach arbeitet sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis top. Felix der Glückliche bemerkt, in erster Linie soll er kühlen. Das macht er seit einem Tag. Design ist schön und innen ist er gut eingeteilt. Nur eins muss ich sehr stark bemängeln. Zum Ausgleichen auf einem unebenen Kellerboden fehlen hinten die Festellräder. Trotz dieser kleinen Kritikpunkte sind die meisten Nutzer begeistert von diesem Kühlschrank. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten in dieser Preisklasse bietet der Beko TSE 1424NB100 eine hervorragende Kombination aus Funktionalität, Effizienz und platzsparendem Design. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Beko TSE 1424NB100 Tischkühlschrank eine ausgezeichnete Wahl für alle ist, die einen zuverlässigen und geräumigen Kühlschrank suchen. Mit seiner robusten Bauweise, der energieeffizienten LED-Beleuchtung und den flexiblen Lagermöglichkeiten ist er ideal für jede Küche. Wenn du also auf der Suche nach einem neuen Kühlschrank bist, klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und ihn direkt bei Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.